Hallo, herzlich willkommen zu Guild Wars 2 und einer weiteren Miniatur, die ich euch gerne heute vorstellen möchte. Es ist der Mini-Winziger-Wütender-Schneeball. Und ich finde ihn genial. Er ist zwar wirklich mini und winzig, also mini-winzig, also tatsächlich, aber ich finde ihn absolut genial. Den Mini-Winzigen-Wütenden-Schneeball, meine Güte, was ein langer Name, den gab es zum Beispiel in Wintertagsgeschenken, in persönlichen Wintertagsgeschenken, auch im ultimativen Wintertagsgeschenk, konnte er sein, oder in Tix-Geschenk. Also eine ganze Reihe an Möglichkeiten und er ist handelbar, das heißt, ja, das war jetzt ganz super. Upsa, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Da ist er. Er ist handelbar und deswegen auch zu kaufen und zwar nur für 95 Silber, also noch nicht mal ein Gold. Und das finde ich auch echt sehr, sehr preiswert für dieses kleine Trotzgesicht. Ich finde ihn super. Zip, kaum. Der rollt dann so schön. Und zieht einfach eine Fresse. Also er zieht einfach eine Fresse und ist eben bütend. Ja, stinkig oder wie auch immer man dazu sagen möchte. Ich finde ihn super. Also er macht echt Spaß. Also mir gefällt er persönlich sehr, sehr gut. Einfach, weil ich ihn total witzig finde. Ja, und ich bin froh, dass ich ihn echt habe und ich habe ihn, glaube ich, auch tatsächlich aus einem Wintertagsgeschenk gezogen. Ich glaube, ich habe sogar mehrere davon gehabt. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, ich hatte sogar mehrere davon. Also eine Miniatur, die es auch im Handelsposten gibt für wenig Silber. Solltet ihr euch wirklich besorgen. Ich finde ihn super und ich hoffe, ihr findet ihn auch so. Wenn nicht, müsst ihr ihn auch nicht kaufen. Also ihr könnt euch die 95 Silber auch für was anderes ausbewahren. Aber mir gefällt er total und ich freue mich darüber, dass ich ihn habe. Ich glaube, ich hatte ihn zuerst mal eine Zeit lang nicht und habe, ich weiß nicht, wie viele Wintertagsgeschenke aufgemacht. Ist das in meinem Wintertagsgeschenköffnungsvideo nicht sogar drin? Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Wahrscheinlich ist das sogar drin. Ja, ihr könnt ja nachschauen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Miniatur oder irgendeinem meiner anderen Videos. Ob Guild Wars 2 oder einem der vielen anderen Spiele, die ihr auf meinem Kanal finden könnt. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao. Ciao. Ich bleibe da dich bei dir.